Mein Dad ging aus der Überzeugung zur Sternenflotte. Ich wollte mir was beweisen. Du wolltest sehen, ob du an seine Fußstapfen passt. Die ganze Zeit hast du versucht, wie dein Vater zu sein. Und jetzt fragst du dich, was es wohl bedeutet, du selbst zu sein. Wir wurden von etwas angegriffen, was uns noch nie zuvor begegnet ist. Ich weiß, das ist nicht das Ende meiner Mannschaft. Aber es ist mein letzter Eintrag ins Logbuch als Captain der Enterprise. Dann haut dir mal was um die Ohren. Ich habe die Ohren fest!